Und in Berlin begrüße ich nun den Journalisten John Götz vom NDR. Also nicht nur die Kanzlerin, auch Minister, Staatssekretär und weitere Spitzenbeamte wurden offenbar umfassend ausgespäht. Wie eindeutig sind die Belege dafür? Denn die Belege sind überwältigend. Also was man hat, sind 50 bis 60 genaue Selektoren, also so Suchziele der NSA. Und da sind konkret Telefonnummern von allen möglichen deutschen Beamten, also im Finanzministerium, im Wirtschaftsministerium, aber auch interessanterweise auch im Bereich Landwirtschaft. Da sind zwölf Telefonnummern, die abgehört waren. Neben dieser Überwachungsliste hat Wikileaks auch zwei streng vertrauliche Abhörprotokolle der NSA veröffentlicht. Ja, und die zeigen, dass auch Gespräche zwischen Merkel und ihren Mitarbeitern abgehört wurden. Um was ging es da? Naja, das ist ein abgehörtes Gespräch von Angela Merkel, als sie in Vietnam war, auf eine diplomatische Reise. Das Interessante an das Dokument ist, dass es da der höchste Einstufung, Geheimeinstufung, die es gibt im Prinzip hat. Also die Gamma-Einstufung, das ist höher als Top Secret. Und das ist ein Gespräch über die Griechenland-Krise von 2011, also Staatsschulden, wo sie mit ihrer persönlichen Assistentin, so heißt das, oder persönlicher Assistent, spricht. Wer genau das ist, wissen wir nicht. Aber das ist ganz eindeutig ein Fall, wo die Kanzlerin von der NSA abgehört wurde. Und nun hat Generalbundesanwalt Range das Verfahren wegen des mutmaßlichen Ausspähens des Handys von Kanzlerin Merkel eingestellt. Müsste da seitens des Generalbundesanwalts ein neuer Anlauf unternommen werden? Na, die Beweise sind sehr klar. Also in dem Gespräch selber geht es darum, dass das Gespräch abgehört wird. Auch die, ja, ich sag mal, die Nebeninformation auf das Dokument, also da ist so eine Art Signatur, was es klar macht, dass das ein abgehörtes Gespräch ist. Ich glaube, da sind schon Hinweise, was die Bundesanwaltschaft benutzen kann, um klar zu zeigen, dass das ist hier ein Fall von Spionage, also gegen die Bundesrepublik Deutschland. Es gibt noch ein weiteres Abhörprotokoll und um was ging es da? Da geht es auch um die Griechenland-Krise, also es geht auch um den Jahr 2011. Und interessant an diesem Dokument, also ist, dass die Quelle ist nicht die NSA. Es ist ein NSA-Dokument, was wir haben, aber die schreiben immer drauf, wo die das herhaben. Und in diesem Fall steht es drauf, dass das Dokument, also dieser abgehörtes Gespräch, von Großbritannien kommt. Also sehr wahrscheinlich von dem Partnerdienst der NSA, GCHQ. Was bedeutet das? Dass die NSA die deutsche Politik abhört, also haben wir natürlich alle vermutet, seit den Snowden-Dokumente erschienen sind, dass man konkret Angela Merkels Gespräch, also dass man einen konkreten Fall hat, ist sehr, ist neu. Aber die fleckendeckende Natur von den Selektoren, diese Zugbegriffe der NSA, sind sehr beeindruckend, wenn man die sieht. Wenn man sieht auch, dass zwölf Menschen im Landwirtschaftsministerium abgehört wurden. Und was ich auch sehr interessant und neu finde, ist, dass die Briten Deutschland abhören. Das ist ein, das ist was Neues. Also mindestens steht es so auf dem Dokument, dass Großbritannien ein enger Verbundeter, wie die Bundesrepublik Deutschland abhört, ist auf jeden Fall neu. Danke für diese Informationen. John Götz nach Berlin. Dankeschön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020